Hallo und herzlich willkommen zu, boah, wie nennen wir dieses Format? Battle oder sowas, irgendwas mit Battle oder Schlachten, irgendwie sowas. Ein Format, in dem wir uns prügeln, in Spielen eventuell, höchstwahrscheinlich. Eindeutig Vega und Lothi, ja, mit Vega und Lothi, Lothi und Vega, Esel nennt sich immer zuletzt. Ja, das erste Spiel ist Le Harts Doné und ich lade mal direkt den Vega ein. Ich spiele ein Standard-Duell, nix mit Wilded oder so, ist zu kompliziert. Und ich nehme den da, die fliegende Flutter. Ich nehme eindeutig. Es wird natürlich eine Ahnung, Spiele geben. Wir werden, keine Ahnung, öfters hat und spielen öfter dies, öfters. Weil wir arm sind, wir haben nicht so viele Spiele. Deswegen spendet bei, quem sagt, ist arm wie scheiße. Und komm. Und mal diese Rexer-Kacke. Rexer-Kacke, ja. Jo. Hat's damit wahrscheinlich jetzt erstmal etwas langweiliger, aber das ist mir egal. Uns macht es Spaß. Wer ist dran? Ich bin dran. Du bist dran. 99 Wp. Eindeutig. Erstmal den DAF machen und ins in die Münze legen. Die eine Münze. Sind das ja mal zum Kopf oder zwei? Seid ihr mein Meister? Ah. Tschuldige, ein Institute-Spieler. Nein. Ich mach das mehr-, mein ich. Ja, gegen mir. Mach immer noch mehr Schad. Ja. Alter nein, Alter! Wenn ich diese Karte jetzt lege und wer diese Karte da wegtut, diese Karte wegtut, dann bin ich fetter Marsch. Thilo, Risiko oder kein Risiko? Ich fürf dir, ja nochmal. Okay, richtig Risiko. Fürf dir jetzt zu fliegen. Jetzt kommt der Schleimball weg. Oh, lieber Gott. Ich hab jetzt noch irgendwas krasses gezogen. Oh, ich krieg den hier. Aber ich lieg trotzdem. Jo! Kann ich machen, egal. Wieso, was wolltest du denn, was willst du noch legen? Was hast du denn, du starkes auf der Hand? Scheiße tun schon. Ne, 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 ne! Ne, 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 ne! Den Tox ist ein Klärstoff! Boah! Boah, geil! Locker darf ich grad so voll zu. Nochmal! Die ist gut. Ähm. Ehm. 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 Erstmal die aggressive Schiene fahren. Aggressive Schiene. Ähm. Da sind sie! 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 Oh, ich kassier voll! Ich wüsste gar nicht, wieviel Runden wir mit Roots spielen. Drei. 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 Drei Runden, okay. Ähm. Pss. Wo das? AGG. P2. Zuerstärke Karten. Ja. richtiger peter koala 1 1 keine chance gehen der karte fügt ein freund ein schaden zu ich habe einfach so viele karten ganz nix wässlichen auffang erst noch nicht der komische zwar auch kaputt richtig ja ich weiß deswegen habe ich auch den kaputt gemacht und nicht diese jetzt nicht kaputt weil der wichtig ist aber wenn ich jetzt dieses risiko eingehen geht es wieder von kathop nein ja es war's zu tun und das ist keine karten und jetzt hat er eine karte So, Wayne. Alarm, Todesröllchen. Ah, weißt du, wie? Ah, egal, ich mach dich auch ohne Cartoon-Komfort. Das ist so. Das? Nein, der Todesröllchen-Ding hat er ja noch. Boah, der war Todesröllchen-Ding. Warum hast du gerade zwei Karten bekommen? Hm? Warum hast du gerade zwei Karten bekommen? Und versuch ich mich da irgendwie... Deiner Todesröllchen-Ding-Karte. Ach so. Ich krieg sogar noch eine. Hä, hä, hä. Soll ich jetzt mal alles legen, alles. Und zu tun von einem Friedhof zurück, legt ihn direkt. Mach so. Mach ich so. Und dann mach ich so. Hat jemand den Arzt gerufen? Eindeutig Support-Mail. Der ist starker. Haha. Und nochmal. Wie oft hast du die drin? Ah, zweimal. Einmal hab ich eben durch den da nochmal bekommen. Einmal. Nehmen wir die da. Die sieht's cool aus. Ach, Junge. Das Geilnis ist doch schwul. Darf ich dich schon mal nicht mehr angreifen? Weil dein Geilnis macht irgendwie an allen Gegnern drei Schaden oder so. Das ist nicht gut. Können nicht eigentlich... Aber ich geh jetzt eindeutig Risiko ein. Das war dumm. Naja, das war ein ganz bewusster Spielplan für mich. Ich weiß ja, dass die alle kaputt gehen. Ja. Jetzt droppe ich down like this. Mach mir nochmal zwei Schaden auf Risiko. Okay. Ich saß mit euch weniger leben als ich. Dann find ich mich auch umgut. Ja, ja. Boah, Platoon gebufft. Geil. Ja. Guck mal. Ich hab eine Karte frei. Ich hab wiederkommen. Wenn ihr... Die... Yeah. War das da? Wunderschön. 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 Also dann... poi... technisch, praktisch... glaub, wunderschön. birgernhaltig kann. Oder schämt hat ich verlaufen wollen. Junge. Doktor Faust... Ich bin tot. Es ist Doktor Faust... abends stirring actions. ja 99 bp soll ich mich mal selber töten nein und jetzt werfen wir uns ja eindeutig da wäre die karte ist ja nicht genug oh die ist gut Dr. Fisting Action hat der mit seiner fetten Affentaus in den Arsch ins Gesicht richtig in Brünnchen und wie was das oder wollen wir nicht und das erstes Mal oder na dann danken wir tschüss bis zum nächsten Mal wir haben ja innovativ jedenfalls schützt das war der Schöne er will ich gar nicht ja tschüss